Die Entscheidung ist gefallen, Ingo setzt seine Hasselblatt. Bei euch anderen sage ich recht herzlichen Dank, dass ihr so toll mitgespielt habt. Ihr setzt euch bitte gleich auf die Treppe und wir beide gehen dann an den schönen... ...sten Punkt des Studios, wenn ich die Dame mit dem lila Umschlag, glaube ich, den Pinkfarbenen, die Maggie noch mal zu mir gebeten hat. Vielleicht zwischen Heinz und mich, Maggie. Maggie, ich biete Ihnen für diesen Umschlag 2000 Mark, ja oder nein? Nein. 3000 Mark, ja oder nein? Letztes Gebot. Nein. Nein. Maggie, wenn Sie vielleicht einmal da so in die Kamera schauen wollen, damit jeder weiß, dass eine Dame wie sie auf schnöde 3000 Mark keinen Wert legt. Sie legt mehr Wert auf innere Werte. Ah, jetzt haben wir ihn. Lenzung, Maggie. Und ein Monopoly-Spiel zur Erinnerung. Danke, dass Sie mitgespielt haben. So, ihr seid bitte so lieb, Sie auch, Maggie. Setzen Sie sich einfach hinter uns auf die Treppe und wir, Ingo, vollziehen jetzt den letzten Akt. Tor 1 oder Tor 2 oder Tor 3. Tor 2. Tor 2. Dann machen wir bitte das Tor 1 auf. Surfen ist ein toller Sport, vorausgesetzt man hat eine komplette Surfausrüstung von Fanatic. Sebermed hätte Ihnen gerne diese exklusive Ausstattung mit auf den Weg gegeben, denn Fitness und medizinische Hautpflege mit pH-Wert 5,5 liegen durchaus auf einer Welle. Jetzt fällt für Sie ein super Gewinn ins Wasser. Der Wert 3000 D-Mark. Dazu wäre noch ein Sofa Annabelle von Gunter Lampert gekommen, mit dem Sie Ihre Wohnung hätten verschönern können. Und dieser Wert 4304 D-Mark. Tor 2 hatten Sie genommen, Ingo. Sie können, wenn Sie wollen, jetzt noch das Tor 3 nehmen. Sie können aber natürlich beim Tor 2 bleiben. Nee, ich bleibe bei Tor 2. Wir bleiben bei Tor 2. Dann machen wir das Tor 3, das er nicht hat. Bitte auf. Ingo, das kommt davon, wenn man eine Haselblatt setzt. 5.999 Mark wären die Chance gewesen auf das Tor 3. Bitte auf. Schade, Ingo. Bei diesem Auto hätten Ihre Nachbarn aber Augen gemacht. Ein Pontiac Transport. In Form und Funktion ist dieser Van einmalig. Als Transportler der Superlative bietet er innen genügend Freiraum für 6 Personen und Gepäck. Die Ausstattung ist luxuriös und bis ins Detail kompromisslos durchdacht. Man steigt ein, fühlt sich wohl und genießt einen überragenden Fahrkomfort. Die Antriebskraft ist beispielhaft, denn der 2,3 Liter Motor bringt sportlich souverän auf Touren. Die hinteren Plätze erreicht man bequem durch die praktische Schiebetür. Mit Fullsize Airbag, ABS, elektrischen Außenspiegeln, Klimaanlage und Wärmeschutzverglasung fährt jetzt ein tolles Auto an Ihnen vorbei im Wert von 48.695 D-Mark. Ingo, Ingo, nehmen Sie bitte Ihr Schicksal selbst in die Hand und sagen Sie bitte Tor 2 auf. Tor 2 auf. Oh, was da wohl drin ist. Ingo, Ingo. Nicht traurig sein, ein Song zur ewigen Pflege, ein Monopoly-Spiel. Sie sind so lieb, bleiben bitte noch einen Moment bei mir stehen. Ich darf Ihnen zu Hause sagen, recht herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns waren. Und vor allen Dingen dranbleiben, es gibt noch sattes Programm in Z1. Und das Allerwichtigste, nicht vergessen, wir sehen uns wieder. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Einmal Winke mit dem Chef. Schön, so. Ja, das hat man so gut gewonnen. Schön, ne? , das hat man so gut gewonnen hat.